Hallo Jonny, Alex, was macht ihr? Hey ho Leute, wir sind unterwegs in Köln. Wir sind jetzt gerade schon reingefahren. Da sieht man das erste Gamescom Schild, wie ihr da oben sehen könnt. Schaut mal, wir brauchen nur noch sieben Minuten ungefähr. Dann sind wir da. Wir werden uns dann gleich da wieder melden bei der Gamescom. Ich hoffe, euch wird es gefallen. Also, halt rein! Werd ich doch schon. Sag was. Hi. Hey Leute, wir sind auf der Gamescom endlich mal wieder angekommen. Ich hab's überlegt. Wir haben jetzt 5 oder so Minuten den Eingang gesucht. Auf Twitter ist schon der erste Tweet. Könnt ihr einfach mal reinschauen. Und ja, wir müssen jetzt gleich mal reingehen. Wir sehen uns dann drin. Tschüüüüü. Ciao. Hey ho Leute, wir sind jetzt gerade bei der Gamescom, wie ihr sehen könnt. Hier über viele Leute. Wir sind gerade etwas draußen. Können mal in Ruhe was reden. Was erzählen. Und wir haben, wie ihr sehen könnt hier Unterschrift. Und bei Twitter haben wir Herr Bergmann und MrGumor Game treffen können. Und ich Paluten und die Pleuten. Ja, Paluten konnte ich auch noch treffen. Das stimmt. Und ja, die Leute sind geil. Games sind geil. Cosplay sind geil. Nur das Essen ist scheiße. Das Essen ist absolut am lieb. Hier nicht essen. Danke. Die gehen hinter der Kamera wenigstens die Leute. Das ist nett. 10 Euro für einen Hockenscheiß. Ja, 16 Euro für einen Hockenscheiß bei mir. Aber wie man sieht. Es gibt was los. Ja. Und wir sind gerade draußen in einer ruhigen Ecke. Ja. In einer ganz ganz ruhigen Ecke. Da kann man nichts machen. Nee, das kann man vergessen. Man kommt kein zwei Mittag voran. Und man irgendwie... Man kann zwar minimal was hören. Aber wir müssen Sauna herangehen und irgendwas hören. Und irgendwas zu spielen. Und anderthalb Stunden warten. Ja, das ist schlimm. Wir müssen morgen... Also unser Plan schaut so an, dass Johnny morgen in der Früh zu Oculus Rift geht. Und ich gehe zu Super Smash Bros. Weil ich will auch nicht die Oculus. Ja, und ich will natürlich beim Wettkampf mitmachen, Leute. Muss sein. Na ja, Leute. Ich würde sagen, sowas für das erste jetzt. Für den Anfang. Johnny sagt immer tschüss. Tschüss. Wir sehen uns später wieder. Hau rein. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.